Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Petit Il. Und ja, wir machen weiter hier. Ich bin gerade unterwegs Richtung Händler, denn ich habe mir was gedacht. Ich werde jetzt noch das Wochenende über warten, oder zumindest bis Samstagabend warten, ob nicht vielleicht die Krone Ultima noch rauskommt. Und derweil werde ich mich auch mit dem Göweil LT Master auseinandersetzen. Und ja, in der Zwischenzeit werde ich mir eine Presse mieten für Grasballen, denn wir brauchen so oder so Grasballen. Und ich dachte, wir machen mal in diesem Projekt ein bisschen Grasballen. Wir könnten es jetzt auch mit dem Ladewagen einfahren, das ist eine klare Sache. Aber ich dachte mir, wir testen hier so ein paar Contest-Maschinen. Und ja, ich wollte einfach mal diese MF-Ballenpresse testen. Also, ich fehle am meisten nicht. Das ist, wenn dann, das CZ-Pack. Oder CSZ-Pack. Also, die schmeißt keine. Gut, hängen wir mal an. Mit Anhängmaul hinten dran sogar. Okay. Okay, das ist alles. Okay. Okay, gut. Schaut auf jeden Fall nice aus. Werden wir mal testen gleich. Blinker funktionieren auch. Sehr schön. So, dann jagen wir Richtung Hof eben. Tun die schönen Ballen hier pressen. Kaufen wir jetzt mit so teuer eh noch. Weil, wir brauchen es ja bislang noch nicht. Wir brauchen jetzt erstmal... Ne, Wickelmaschine. Das wäre auch noch eine Idee, was mir gerade so kommt. Wir haben ja jetzt diese Maschine. Wir könnten uns auch so einen Quadraballen-Wickel holen. Aber ihr könnt gerne mal unten reinschreiben in die Kommentare. Wie ihr meint, ob ihr jetzt Gewalt sehen wollt. Oder ob ihr eher Ballenpresse sehen wollt. Quadraballenpresse wollt oder eher Rundballenpresse. Das ist mir eigentlich egal. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann schreibt es gerne mal unten rein. Mir ist das eigentlich egal. Ich zeige euch gerne alles. Aber ich denke mal, Rundballen hat man noch nie so oft gemacht. Würde ich dann eher mal vorziehen. Und für... Wir haben ja auch die Rundballengabel jetzt gekauft. Könnte man das ja auch machen. So, dann fahren wir eben zu dem Feld hin. So, so viel liegt ja ja da nicht. Normalerweise sollte das ja fix gemacht sein. In dem Part sollte normalerweise die Grasaktion hier durch sein. Weil dann können wir uns in den nächsten Parts, ja klar, um die Silage-Sache noch kümmern. Und wir müssen uns dringend drum kümmern, dass wir hier mit der Bodenbearbeitung halten. Wir müssen grubbern. Das ist die nächste Sache. Ich will ja vielleicht mal irgendwann jemandem Grubber auch losschicken. Weil, ja, muss auch vorangehen. So. So, das geht los. Okay. Ballen werden gepresst. Bisschen dicke Schlauen, aber... Gut. Kommt ja wenigstens was an. Wird schon gut gequält. Merkt man schon, dass das gegen die Leistung geht, aber... So. Jetzt kommen wir hier raus. Das ist gut. Sehr schön funktioniert. Am laufenden Band kommen die. Alter, die kommen ja wirklich am laufenden Band. Da haben wir gut gespart, würde ich sagen. Wenn das düngbare Felder sind, dann werde ich... Äh, denke ich auch, die nochmal düngen. Dann werden wir auch gucken, dass wir jetzt Striegel irgendwie bekommen. Dann werden wir, ja, verkaufen vielleicht was. Können wir ja was verkaufen. Und dann können wir uns einen Striegel zöbern. Gucken wir mal, wie schnell das Ganze erledigt ist hier. Rütt, einmal durch. Ballenzähler. Wisst ihr eigentlich, ob es einen Ballenzähler gibt? Muss ich, glaube ich, nochmal gucken, ob es irgendwie so einen Ballenzähler gibt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah, zwei, vier, sechs, sieben. Sieben, okay, gut. Dann gibt es vielleicht noch nochmal rau acht. So, wunderbar. Den letzten Ballen noch rauslassen hier. So, die Ballenpresse werden wir uns jetzt erstmal an den Rand stellen. Die ist noch nicht abgeschrieben, denn, ja. Ja, wegen der ganzen anderen Geschichte, was wir noch haben. Ich muss jetzt gerade überlegen, wo wir die hinstellen, wo sie uns nicht im Weg umgeht. Hier geht sie erstmals mal nicht im Weg um. So, wir brauchen den Merlo. Merlo und IHC, würde ich sagen. Merlo, IHC. Das ist ein gutes Gespann. Ja, lassen wir erstmal die Gabel vorne dran. Stört ja niemanden. So, nehmen wir mal den. Ja, gut, dann laden wir gleich die paar Ballen auf. Die können wir dann runterbringen. Können wir ja drüben dann einstapeln. So, Merlo. Mh, machen wir mit automatischem Laden. Ich denke mal, komm, machen wir mit automatischem Laden. Oh, wir können es auch mal so probieren. Vielleicht bekommen wir das ja auch so hin. So, ein bisschen langen Klaps. Ja, gut, funktioniert. Brauchen wir noch nicht mal automatisch laden. Ich denke, wir werden die so irgendwie auf den Anhänger auch bringen. Ein bisschen vorsichtig fahren hier. Kriegen wir die auch hoch. Ein bisschen ausfahren hier. Ja, genau, das mit Curseplay ist doof. Muss ich auch noch umstellen hier. So. Sehr schön. Hält. Wackelt. Gut. Hält, wackelt und ist gerade. Ein bisschen schräg genommen. Wollen wir mal gucken, dass wir den auch so schräg irgendwie wieder da aufeinander kriegen. Ach, wie weit müssen wir denn noch anders? Hältet. Dann kriegen wir den auch gerade aufgestapelt. Bisschen gerade schieben. So. Wunderbar, hält. Ja, dann. Hi. Bin echt, echt guten Mutes, dass wir das jetzt hier heute geschafft haben. Hätte ich nicht geschafft. Hätte ich echt nicht gedacht. Hätte ich echt nicht geschafft, jo. Jo, Chris LP. Heute ist wieder dein wunderbarer Tag des Versprechens. Machen wir mal einen Spanngurt drüber. So. Nehmen wir gleich den hier mit. Zack. Und den nächsten da hinten. Klar, sie sind jetzt nicht sauber aufeinander gestapelt. Aber ich sage mal, es erfüllt seinen Zweck. Mit einer Attachergabel kriegen wir es auch nicht besser hin. Dann müssen wir dann wieder hier stehen bleiben. Erst mal warten. Bis und dann können wir erst lösen. Ich habe das schon ausprobiert mit der CSZ-Gabel. Klar, wenn wir zu schnell hier fahren, dann ist alles scheiße. Hey, wo stecken wir jetzt fest? So. Irgendwie festgepackt im Boden. Nochmal schön aufeinander stellen hier. Ist jetzt meine Schuld gewesen auch. So. Ah. Ja, ich bin nicht der Ballenstapel-Profi. Deswegen benutze ich auch meistens. Wenn ich irgendwie was im Singleplayer noch spiele oder offline mache, dann benutze ich echt URL-Ballenwagen. Dann bleiben sie zumindest oben. Sie halten, sie passt. Und gut ist. Und dann tue ich die Abladung. Ist genauso wie mit Paletten und sowas. Das nutze ich meistens auch, wenn ich irgendwie was mache. Ich denke mal, das werden wir auch machen, wenn wir... Ich habe ja so ein bisschen geplant, dass wir vielleicht noch auf die Nordfriesische gehen. Nach dem einen oder anderen Projekt. Ich weiß es noch nicht, welches Projekt ich dafür ersetzen werde. Ob das dieses hier ist oder ob es das La Piedit-Missionen-Projekt sein wird. Muss ich mir noch überlegen. Weil ich hätte wohl Lust so auf der Nordfriesische mit den ganzen Produktionen und so. Hat doch was. Oder wir gehen auf die Vinsbach. Dann hätten wir halt noch eine Contest-Map mal. Für das Multiplayer-Projekt für Hof Bergmann kommt hier auch noch was. Kann man so sagen. Da sind wir ja auch schon am Rätseln oder am Machen. Siehst du aber. So. Wie viele liegen denn noch? Einer? Einer. Okay. Gut. Einer. Holen wir den einen noch. Zack. Ja, ich höre vom MW-Tracker auch nichts. Also der muss auch noch am Pflügen sein. Also der ist auch im Gange. So. Wunderbar. Sehr schön. Spangwort drüber. Wir werden den irgendwie so hinstellen. Denn ich möchte noch einen Thumbnail machen. Für diese Folge. Das wird dann diese Folge rauskommen. So. Machen wir mal. So. Okay. So. Wir gucken mal schnell nach dem MW-Track. Gut. Der ist am Pflügen. Höh. Höh. Fahren wir mal mit dieser Ladung rein. Bisschen Chrom und schief gestapelt. Aber gut. Naja. Hält. Das ist das Vorteil oder das große Ziel auch gewesen. Dann können wir welchen Mischfutterwagen gleich schmeißen. Denn. Wir brauchen gleich welche im Mischwagen. Denn. Ja. Wir brauchen Gras wohl bei den Kühen. Aber wir brauchen auch Kraftfutter. Habe ich gesehen. Und. Ja. Müssen wir nochmal ein bisschen gucken. Dass wir da. Zugange kommen. Dass die uns schön Milch produzieren. Wir haben auch noch keinen Milchanhänger. Den werden wir auch in den nächsten Parts mal kaufen. Denke ich. So. Nehmen wir mal zwei Beine Gras mit. Zu den Kühen. Gucken ob wir was finden. Oder ob das jetzt im Stall ist. Weil. Äh. Ja. Ah. Nicht runterschubsen. Ja. Gut. Das ist drinnen. Wie viel brauchen wir denn noch? Gras. Okay. Wir können noch ein oder zwei rein. Eine auf jeden Fall. Und den Rest geht in die Mischfutterproduktion. Zack. Wollen wir mal noch. Dass wir die reinkriegen hier. Ja. Ist mit dieser Allradlenkung nicht gerade einfach. Aber. Es geht. Zack. Wunderbar. Drinnen. Voll. Ja. Aber ich würde sagen. Der Part ist jetzt auch schon voll. Und. Dann würde ich sagen. Ziehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn es hier weiter geht. Auf der Lapidit Mission. Tschüss. Tschüss.